Wer an Verdauungsproblemen, Verstopfungen oder Magenkrämpfen leidet? Bereits vom ersten Kontakt mit den Geschmackssensoren der Zunge setzen Bitterstoffe eine Kittenreaktion in Gang. Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen und Galle werden durch die Bitterstoffe zur Verdauung angeregt. Daher wird die Darmbewegung stark gesteigert und eine Verstopfung, ein Völlegefühl oder Magenkrämpfe entstehen erst gar nicht. Zusätzlich dämpfen die Bitterstoffe den Appetit. Geschmacksverstärker und moderne Züchtungen von Lebensmitteln haben die Bitterstoffe fast komplett aus unserem Leben verbannt. Lebensmittel wie zum Beispiel der Spatel oder Chicory schmecken in der heutigen Zeit nicht mehr so bitter wie früher. Sie schmecken regelrecht mild. Aus diesem Grund leiden immer mehr Menschen an Magen-Darm-Problemen sowie Beschwerden. Wer darunter leidet, greift oft schnell zu Pharma in Form von zum Beispiel Abführmitteln. Doch diese können nach und nach schweren Nebenwirkungen führen. Wer hier mehr auf pflanzliche Stoffe zurückgreift, wie zum Beispiel auf das krampflösende Gänsefingerkraut und dieses mit Bitterpflanzen wie Wehrmut oder Benediktenkraut kombiniert, bewirkt die gleiche effektive Wirkung bei akuten Beschwerden. Allerdings ist diese Behandlung viel schonender. Zur stressbedingten Linderung von Magen-Darm-Problemen kann man auch zusätzlich mit Kamille kombinieren. Um die Bauchmuskeln zu entspannen, empfiehlt es sich, die Angelika-Wurzel zu verwenden und zur Beruhigung des Magens ist die Süßholzwurzel sehr zu empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag ein wenig weiterhelfen und würde mich sehr über ein Like freuen. Bis bald!